Hallo, herzlich willkommen hier bei GamerTV und wir zocken wieder, wie soll es anders sein, Anno 1404. Und ich sehe gerade, wir können hier mal wieder ein paar Leute aufsteigen lassen. Sollten wir bei NaviLanz auch machen. Ja, 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 ja. Also ich sehe, wir sind nicht gerade sehr weit, uns geht es finanziell nicht gerade sonderlich gut. Aber naja. Langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Langsam, aber auch nur wirklich ganz langsam. Aber was soll's, wir haben es jetzt 15.06. Ich muss mal geschwind den Timer noch stellen. Das wäre sonst doof, wenn wir hier einfach viel zu lange zocken. Das ist für die Aufnahme auch nicht so cool. So, Timer läuft. Und es mangelt uns wieder mal an Holz. Ich bin gerade ernsthaft am überlegen, ob ich nicht noch ein neues Haus baue. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt ein neues Schiff. Und zweites, was dann arbeiten kann für uns. Insgesamt haben wir jetzt vier Schiffe. Einmal die Datenroute, die läuft. Einmal die Gewürzroute, die läuft auch. Hat aber Gewürz bei sich. Naja, noch können wir hier nichts bauen. Insofern... Wirst du mal deine Jungfernfahrt machen. Und uns heute zum Werkzeug holen. Mir fällt gerade ein, wir können auch bei Helena vorbeischauen. Und beim Live, vielleicht haben die ja schon was. Mit denen haben wir, soweit ich weiß, einen Handelsvertrag. Ich guck mal. Wie geht es dir? Handeln? Jo. Und sie weinte bitterlich, denn sie bekam den Ritter nicht. Du erlaubst dir ja doch nur einen Spaß mit... Schade, ich bin bleib. Ah, komm nur. Wird auch nicht funktionieren. Mit einiger Sicherheit nicht. Nee, wird auch nicht funktionieren. Yay, wir brauchen Geld. Wir brauchen dringend, schnell und viel Geld. Und hier müssen wir erst mal wieder ein bisschen aufsteigen lassen. Oh, das fehlt schon wieder an Holz. Meine Güte, das ist doch nicht mehr normal. Meine Lager stehen euch jederzeit. Ja, aber du hast nichts. So, kaufen wir. Ich nehme aber mal die hier. Ich helfe euch gerne aus. So, wir haben drei. Immerhin. Ich brauche mal irgendwie mehr Hafenmauer. Nee, Hafenmauer baue ich jetzt nicht. Wie sieht es eigentlich so aus? Fischlager 40, Gewürzlager 40, Brot haben wir natürlich nicht. Most ist relativ stabil. Warum haben wir 95? Haben wir im Lagerhaus? Ja, drei Stück. Und Helena hat mal wieder eine Insel besiedelt. Das macht sie doch gern. Werden wir auch noch tun. Und es fehlt wieder ein Werkzeug. Äh, ein Holz. Aber es ist ein Glück, dass der gekommen ist. Haben wir wieder acht Holz. Werden wir da hin? Eine Sekunde beschleunigt. Entschuldige, meine Warenauswahl... Ähm, ja. Deine Warenauswahl ist wirklich sehr bescheiden. Um nicht zu sagen, absolut abartig grottig. Hast ja nicht gar nix da. Alter, will das Haus da jetzt wirklich abbrennen? Und hier heranrappeln. Ich glaube, ich reiße gleich ein Haus weg und baue ein Zimmer. Damit sich man nur um die verkorkten Häuser kümmert. Oh, was machen wir jetzt mal ganz? Ein Zimmermann hält die Gebäude. Ich weiß, dass... Langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Das verhust... Das verhust auch... Ich hab doch hier eine Feuerwehr... Ein Zimmermann hält die Gebäude in Schuss. Großartig! Ja, ich weiß. Ich weiß, dass er was tut. Aber irgendwie tut das auch nicht. So. Die Burger haben alles. Fange ich mal mit Brot an. Ich weiß nicht, ob ich mir mal eine Insel wie Brot hat. Oder Getreide. Getreide, aber man hat keinen Bauplatz. Eine runde Insel bringt uns nix. Wir haben auch nix. Was ist das? Ich... Die Einzige, die Getreide hat. Die hat auch Getreide, aber... Die haben alle keinen Platz. Am ehesten noch die hier. Das liegt ja mal gar nicht. Lasst mich euch... Freut mich, dass du mich besuchen kommst. Warum haben die alle nur Werkzeug? Das finde ich so gar nicht witzig. Aber hey, das wird ja irgendwie... Ich habe keine Einwände. Richard, du wolltest mir was sagen und wurdest von Helena unterbrochen? Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft? Es ist mir ein Anliegen, eure Taten durch diese bescheidene Geste zu würdigen. Wir steigen. Ah, jetzt war es zu spät. Ich wollte gerade vorlesen. In dem Fall haben wir jetzt bei Ihnen hier... Ein Freundschaftsbesuch. Welch erfreuliche Abwechslung. Ich bin mir sicher, die sind noch irgendwo Inseln, die Getreide haben. Ich brauche diese Inseln. Und jetzt kommen wir nicht mehr wirklich weit an. Derweil können wir ein bisschen Geld haben. Ich bin mir sicher, dass wir nicht mehr in der Abwechslung haben. Denn spende ich zwar extrink, obwohl nach hier oben kann ich auch weiter bauen. Feuer verwüstet ihre Stadt. Wo brennt es? Genau, da kommt die Feuerwehr nicht mehr hin. Na klasse. Und da kommt die Naka auch noch mit Feuerwehr auf. Eine Insel wurde ausgebildet. Das ist eine Orientinsel. Klingt mir herzhaft wenig. Ich bin gern bereit mit euch. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Doch, mit mehr Holz? Aber naja. Was für eine Gebäude wurde denn entdeckt? Ach, ich habe gesagt. Die hatten wir doch schon. So, da oben. Ja genau, hier ist Getreide. Und das ist mir nicht gerade groß. Ganz ehrlich, ich weiß es ist Mist, aber ich bin gerade leicht am überlegen, diese Karte nochmal neu zu starten. Aber das müsst ihr entscheiden. Diese Entscheidung werde ich nicht fällen. Nicht einmal in meinem Traum. Und wenn es... Oder... Na, das lohnt sich auch nicht mehr. Ich habe nur noch hier... Und hier so einen kleinen Pitze, den ich besiedeln kann. Das hat auch keinen Sinn. Ich müsste kriegerischen Handlungen nachgeben bleiben. Darf ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Helena fordert 2520 Goldmünzen, damit der Handelsvertrag bestehen bleibt. Ähm... Nö. Ich muss tun, was für mein Volk am besten ist. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Also hier bietet Ihnen den folgenden Teil eines... einer umfangreichen Aufgabe an. Fahren Sie mit einem Schiff? Machen wir... Ähm... Nur haben wir gerade kein Schiff zur Verfügung. Ich helfe euch gerne aus. Warum kaufen wir dort so viel ein? Wir haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Ja! Mag sein! Eine Insel, die mich gerade herzhaft wenig juckt. Sie sind auf einen Mitspieler gestubert. Auch ne! Gibt es hier keine Insel mehr? auf der man vernünftig Getreide anbauen kann. Scheint so. Dann schaue ich mal bei Lord Richard Northburg vorbei. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Er hat wenigstens Getreide als Saatgut. Na, das ist ja schon mal was. Denn bauen wir hier Getreide an. Das müsste gehen noch. Gut. Das ist auch der Nachteil, den ich einem nicht aufgedeckten Karten sehe. Man weiß nicht, wo was ist. Man konzentriert sich erst mal nur auf das, was man weiß. Und dadurch können andere halt sich ausdehnen. Und man hat dann die A-Karte. Und ich muss mal schon was trinken. Ich hab schon wieder einen trockenen Mund. So. Genau. Man hat die A-Karte, wenn man nicht schnell die D-Karte aufdenkt. Aber naja, das ist jetzt halt so. Kann man nichts dran ändern. Das schöne Flaggschiff schicken wir gleich runter. So. 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 Sobald das hier eine kriegerische Handlung ausgibt, sage ich Auftrag. Tschüss. Kriegerischen Handlung gehe ich noch nicht nach. Noch nicht mal ansatzweise. Ach, euch fehlt wahrscheinlich die Kirche. Oder die Kapelle. Die Kirche wollen sie ja später. Die wollen dann die Patrizia. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch ein wenig umbauen. Okay. Bauern. Jetzt steuern wir wieder an. Nein. Wird doch gar nicht. Da können 53 aufsteigen. Ähm. Ja. Komm. Sollen sie mal. Jetzt fragt mich gerade, warum die FCS-Rate-Rate so gering ist. Kommt nur und seht euch hin. Ach man. Das erst. Wenn das, wenn das. Ja. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Was wir da sind. Oh. Ich hoffe, das geht jetzt hier auch langsam mal ein bisschen voran. Ich baue hier heute mal wieder ein bisschen aus. Ein paar mehr normalen Hütten. Hm. Ich auch ruhig unten. Ich bin nämlich auch voran. Irgendwann mal. Und schon haben wir wieder kein Holz mehr. Aber naja. Holzsulz. Holzmangel heißt es immer mit überall. Das ist die Zeit. Damit muss ich denn wohl leben. Unser Plugship ist auch bald da. So. Das ist ausgebracht. Sehr schön. Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg berichten? Salam Aleikum. Na? Ach so. Hat er gekauft. Ich bin froh, dass ich euch diese wichtige Angelegenheit anvertraut habe. Wir sollen ein... Ihr seid auserkoren. Die Interessen... Wirklich heldenhaft. Wir sollen einen Bericht zu Lord Richard Northberg bringen. Den Bericht haben wir an Bord. Dann wollen wir das doch geschwind mal tun, na? Ich freue mich ja so. Ach. Zehnmal Saft. Ach nö. Nicht schon wieder. Langsam ist es echt lustig. Aber ich will mich denn nicht aufreden. Ich baue hier gleich weiter aus. Aber erstmal baue ich hier die Patricks ja wieder auf. Das heißt wieder auf. Ich baue hier noch zwei Patricks ab. Und es geht erst dann. So. Das war's mit der ersten Folge von Anno 1404. So. Das heißt mit der ersten Folge. Das war's jetzt mit dieser Folge. Folge Nummer 5 von Anno 1404. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn's heiß. Moin mir bei Anno 1404. Ciao.